Unser Team ist die erste Anlaufstelle bei der PAX Bank. Ich finde, wenn wir ein starkes Team sind, dann merkt man das auch nach außen. Meine Aufgabe ist, alle von uns zu stärken und individuell weiterzuentwickeln. Insgesamt koordiniere ich 25 Kolleginnen und Kollegen. Meine Stelle hat viele Schnittstellen in die Bank hinein. Vielen Dank. Viele Kolleginnen und Kollegen sehen mich als erste Ansprechpartnerin. Ich liebe die enorme Abwechslung und die Vielfältigkeit. Wir haben jeden Tag mit Veränderungen und Erneuerungen zu tun. Also es ist meine Aufgabe, das Team mitzunehmen und zu begleiten. Veränderung heißt immer Weiterentwicklung. Ich bin schon 25 Jahre bei der PAX Bank und habe schon mehrere Stationen durchlaufen. All die Erfahrungen in der Bank haben das aus mir gemacht, was ich heute bin. Ich bin Nicole Schacherl und ich stärke Teamwork.